Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir einen Haushalt aufstellen, der sich entlang der Finanzplanung bewegt, was die einzelnen Haushalte betrifft. Darüber reden wir im Übrigen sehr konstruktiv. Und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir den Haushalt im Juli auf den Weg bringen. Aber müssen die Minister dann nachgeben? Müssen die runter von ihren Mehranmeldungen? Das sind ja Kategorien, die nicht sinnvoll sind. Es geht darum, eine gute Verständigung zu erreichen. Und ich habe sehr klar gesagt, die Finanzplanung ist der Maßstab, an dem sich das orientieren muss. Wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir haben. Daran führt nun mal kein Weg vorbei. Julian Olaf Scholz, wir haben es gerade gehört, hat sich klar hinter Christian Lindner gestellt. Und gegen seine Partei, ist das politisches Kalkül? Also erstmal ist wichtig für unsere Zuhörer und Zuschauer zu erklären, warum dieser Haushalt und dieser Haushaltsstreit das wichtigste Thema der Woche, des Monats, wenn nicht überhaupt des Jahres ist. Und die Begründung ist ganz einfach. Es geht um ihr Geld. Es geht darum, wie diese Regierung das Geld der Menschen in diesem Land ausgeben darf, wird und will. Und darüber, wie du gesagt hast Christian, ist jetzt ein Riesenstreit in Brand. Ein einigermaßen spektakulärer Streit, der entlang einer sehr einfachen Linie verläuft, die wir seit Jahrzehnten kennen. Die Linken können nicht mit Geld umgehen und wollen mehr ausgeben, als da ist. Der Bundeskanzler versucht sich noch dagegen zu positionieren, wie wir gerade gehört haben. Aber die SPD sagt, wir müssen mehr Geld ausgeben, als wir haben. Jetzt wird es interessant. Bei der Bundesregierung, besonders bei der SPD und bei den Grünen, gibt es eine spannende Gleichung. Wenn die nur das Geld ausgeben, was sie haben, dann nennen sie das Sparen. noch einmal. Alles ausgeben, was man hat, bis auf den allerletzten Cent. Ich gucke, was ich hier in der Tasche habe. Das sind 3,40 Euro. 3,40 Euro habe ich in der Tasche. Wenn ich diese 3,40 Euro jetzt komplett ausgebe, komplett, für Eis und noch drei Schokobons drauf. Das nennen Linke Sparen. Sparen ist nicht, wenn ich sage, naja, 3,40 Euro. Ich gebe mal 1,40 Euro aus und tue 2 Euro zurück. Nein. Alles ausgeben ist für diese Leute Sparen. Und sie wollen nicht sparen. Das ist der große Streitpunkt, um den es jetzt geht, weil sie sagen, Sparen, da passieren im Moment interessante Dinge, gefährdet die innere Sicherheit in Deutschland. Sollten unsere Zuhörer und Zuschauer darauf achten, denn es geht um ihr Geld. Innere Sicherheit und unser Sozialstaat werden inzwischen vom linken Lager in dieser Regierung gleichgesetzt. Also, wenn ich nicht jeden dafür bezahlen kann, mit dem Geld der arbeitenden Bevölkerung morgens auszuschlafen, sich nochmal umzudrehen, während im ganzen Land Menschen aufstehen, dann gefährdet das die innere Sicherheit. Gleichsetzung von Sozialstaat und innerer Sicherheit ist was, was sie in diesen Tagen überall hören. Und Grüne und SPD gehen jetzt hin und sagen, naja, die ungefähr 950 Milliarden Euro, die, das ist eine unfassbare Summe, die der Staat im Jahr an Steuern einnimmt, damit kommen wir nicht hin. Ja, damit kommen wir nicht hin. Die Grünen schlagen jetzt vor, ein Sondervermögen von 400 Milliarden Euro, 400 Milliarden Euro. Ein Bundeshaushalt sind so um und bei 450, 460 Milliarden Euro und sie wollen das für Investitionen in die Zukunft. Noch ein interessanter Punkt, wir wissen nicht, wie der Haushalt aussehen wird. Wir wissen nicht, ob es neue Schulden geben wird. Wir wissen nicht, ob diese Schuldenbremse steht. Was wir jetzt schon wissen, es wird ein unpünktlicher Haushalt. Am 3. Juli sollte er fertig sein. Jetzt heißt es, irgendwann im Juli ist er fertig. Und hier wird es interessant. Wir arbeiten alle, es gibt ja diesen Steuerzahler-Gedenktag. Wir alle arbeiten ungefähr die Hälfte des Jahres, die Hälfte des Jahres, nur damit diese Leute dann das machen können, was sie Sparen nennen, nämlich jeden einzelnen Cent davon ausgeben. Und wir müssen jeden einzelnen Cent pünktlich abliefern. Diese Leute können sich nicht mal pünktlich darauf einigen, wie sie es ausgeben. Wir müssen es jeden Monat pünktlich bezahlen. Diese Leute können sich nicht mal darauf einigen, wie sie es pünktlich ausgeben. Das ist der große Streit, der in dieser Woche toben wird und von dem unsere Zuschauer und Zuhörer mitbekommen noch viel Freude dran haben. Ja, und gleich zu Anfang müssen wir über ein schlimmes Verbrechen vom vergangenen Wochenende sprechen. Es geht um eine tödliche Attacke nach einer Abiballparty in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen. Eine südländische Männerhorde hatte dort zwei junge Gäste in einem Kurpark brutal angegriffen und zusammengeschlagen. Ein junger Mann wurde so schwer verletzt, dass er inzwischen für Hirntod erklärt wurde. Also ein junger Mann, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte. Kein einziger von den insgesamt zehn Tätern konnte bislang gefasst werden. Die Polizei ermittelt und hat eine Mordkommission eingerichtet. Über dieses Thema sprechen wir jetzt hier bei News Live. Julian, über die Täter wissen wir noch nicht viel. Nur, dass es eine südländische Tätergruppe sein soll. Es ist die klassische Täterbeschreibung, die wir inzwischen nach nahezu jeder schweren Gewalttat in diesem Land hören. Eine Täterbeschreibung, die niemanden mehr im Land überrascht. Eine Täterbeschreibung, die man aber in weiten Teilen der deutschen Medien eben nicht hört. Ich schaue gerade auf die Kommentare. Es ist ein Thema, das das ganze Land bewegt. Leute, denkt immer daran, es wäre euer Kind. In mir toben Wut und Trauer zugleich. Katrin Vorheb schreibt, mein aufrichtiges Beileid, viel Kraft in der schweren Zeit für Familie, Bekannte und Freunde. Mein Beileid den Angehörigen. Unfassbar, man könnte vor Wut nur noch schreien. Es ist ein Fall, der das Land bewegt. Aber das würde man nicht merken, wenn man Tagesschau und heute Nachrichten guckt. Denn dort kommt es einfach nicht vor. Schauen wir noch einmal kurz auf das, was dort passiert ist. Abibal in Bad Oeynhausen. Einem, ich war einmal da, das ist aber lange her, idyllischen, verträumten Kurort. Vom Abibal gehen zwei Freunde, unter anderem der dann später totgeprügelte Philippos, durch einen Park von diesem Gymnasium, durch einen Park. Ein Weg, den sie in ihrer Kindheit vermutlich vor einigen Jahren noch unbeschwert viele Male gegangen sind. Dort treffen sie auf das, was die Behörden als eine zehnköpfige südländisch aussehende Gruppe beschreiben. Diese Gruppe, wenn man sich den Fall durchliest, wenn man die Berichterstattung darüber liest, die Polizeimeldung ist absolut furchterregend und klingt wie eine Szene aus dem Mittelalter. Diese Gruppe geht also auf diese zwei Jungs los. Der totgeprügel ist 20 Jahre alt, trennt diesen Jungen heraus, greift ihn und zieht ihn weg von seinem Freund und fällt über ihn her. Und Christian, du hast es gerade gesagt, wir reden hier oft leider, wir müssen hier oft leider über das Thema Messergewalt reden. Hier haben wir jetzt nochmal eine neue Qualität der Gemeinde. Nämlich das Totschlagen von einem Mensch. Das sind Worte, die kennen wir aus dem Alten Testament. Das sind Worte, die kennen wir aus dem Mittelalter. Diese zehnköpfige Gruppe fällt also über den 20-jährigen Philippos her und schlägt ihm den Schädel ein. Das ist das, was dort passiert ist. Der Junge kommt schwerst verletzt ins Krankenhaus. Man versucht noch in Not zu operieren. Inzwischen haben die Ärzte ihn für Hirntod erklärt. Das ist die Meldung, die uns gestern Abend erreicht hat. Und es ist auch, wenn man sich das anschaut, ein unglaublich bewegender Fall. Die Maschinen laufen, stand jetzt weiter. Warum? Weil diese Familie, ich habe die Bilder von der Familie gesehen, großartige, glückliche Familie mit ihren zahlreichen Kindern, herzerreißende Bilder. Weil diese Familie möchte, dass die Organe ihres Sohnes, der vom Abiball kam. Wenn ich die Meldung richtig lese, hat seine Schwester Abi gemacht. Er war auf dem Abiball seiner Schwester. Und jetzt reden die Eltern darüber, können wir mit den Organen unseres Jungen vielleicht noch einem anderen Menschen das Leben retten. Das ist inzwischen die Realität in Deutschland geworden. Und jeder, der ein bisschen älter ist, weiß, so etwas hat früher nicht existiert. Kindern, die vom Abiball kamen, ist nicht von zehnköpfigen Gruppen, die als südländisch beschrieben werden, der Schädel eingeschlagen worden. Das hat es früher so nicht gegeben. Aber bei diesem Thema kommen zwei ultra emotionale deutsche Themen zusammen. Man kann fast sagen, die beiden Themen, die in den letzten Jahrzehnten Wahlen entschieden oder zumindest maßgeblich mitgeprägt haben. In Amerika heißt es immer, it's the economy stupid. Am Ende entscheidet die Wirtschaft die Wahl. Das ist in Deutschland nur eingeschränkt so. Natürlich spielt die Wirtschaft eine überragend wichtige Rolle. Aber zwei Themen, die in deutschen Wahlkämpfen immer riesig waren, immer riesig sind, immer riesig sein werden, ist Frieden und die deutsche Angst vor Krieg. Und zweitens der Sozialstaat und wie gerecht ist der Sozialstaat. Und hier treffen nun zwei Dinge aufeinander. Erstens das Gefühl, was in Deutschland weit verbreitet und von der Politik auch nicht ausreichend adressiert worden ist. Wie gefährlich wird dieser Krieg für uns? Werden wir Kriegspartei? Kommt der Krieg zu uns? Provozieren wir Putin irgendwie? Da kann man ganz lange politisch sagen, man muss Putin nicht provozieren. Die Menschen haben trotzdem Angst und Sorge davor. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist eben das Bürgergeld, was von der arbeitenden Bevölkerung inzwischen als Ausschlaf- und Liegenbleibenprämie betrachtet wird, das für Menschen gezahlt wird, die einfach keine Lust haben zu arbeiten. Und dass diese beiden Themen jetzt zusammenkommen, das ist einfach Nitroglyzerin für die deutsche politische Debatte. Ich lese noch einmal den Satz vor, den Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef, gesagt hat. Und der ist schon sehr klar und sehr hart. Ich zitiere. Es muss jetzt über zwei Jahre nach Kriegsbeginn der Grundsatz gelten, Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr in sichere Gebiete der West-Ukraine. Heißt auf gut Deutsch, ihr arbeitet oder ihr geht. Das ist, und das muss man sagen, das ist auch innerhalb der Union vollkommen neuer Ton. Also es ist eine 180-Grad-Wende innerhalb der Union. Vermutlich mit Blick auf die Wahlen. Auf die Wahlen und das, was da im Osten schon passiert ist. Ich muss allerdings sagen, wenn man das mal übersetzt, geht es da ja um eine Abschiebeoffensive im siebenstelligen Bereich. Oder im hochsechsstelligen Bereich. Hunderttausende Ukrainer, die man dann zurückführen müsste, wenn sie nicht Arbeit aufnehmen, weil sie hier Bürgergeld bekommen. Und auch das muss man sagen, wir haben die niedrigste Erwerbsquote von Ukrainer in Europa. Aber warum wohl? Weil man in Deutschland nicht arbeiten muss. Man lebt auch so gut. Aber, und da habe ich ein ganz entscheidendes Aber, wenn man bereit ist, in ein Kriegsgebiet massenhaft abzuschieben. Und auch die West-Ukraine ist ein Kriegsgebiet. Ja, in der Ukraine ist Krieg, da müssen wir noch nicht drüber diskutieren. Wenn man bereit ist, in Kriegsgebiete massenhaft abzuschieben, dann würde ich persönlich lieber mit Menschen aus Afghanistan und Syrien anfangen, mit jungen Männern, deren Identität wir nicht kennen. Wenn die sich ohne Papiere hier eingefunden haben und die, das muss man leider inzwischen sagen, der massive Treiber der Gewaltkriminalität in Deutschland sind. Wenn in Kriegsgebiete schon abschieben, dann bitte dort anfangen, wo wirklich das dringlichste Problem im Moment besteht. Das wäre zumindest meine Priorität. Ja, wir haben natürlich neben dem Spiel auch viel geschehen auf den Fanmeilen und das, was wir in Berlin gesehen haben gestern. Ich nenne es mal die Döp 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 Polizei. Die Polizei wurde nämlich angewiesen, alle Personen, die nur das Lied anstimmen, entweder abzumahnen oder dingfest zu machen. Hier sehen wir jetzt ein YouTube-Video von Captain Future und seine Begegnung mit der Polizei. Das, was wir jetzt im Hintergrund sehen, ist ganz eindeutig der Eingriff von Polizeibeamten, die Captain Future beim Singen des berühmten Döp 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 Liedes beiseite nehmen. Und an den Lautsprecher, der die Musik abgespielt hat, auch ein Kassieren passt. Passt das zu diesem Deutschland 2024? Wir hören es im Hintergrund. Naja, ich finde das so bemerkenswert, was für eine politisierte EM wir erleben. Und das macht sich ja irgendwie an diesem Lied fest. Das heißt, der Einparteienstaat im europäischen Fußball, UEFA, wünscht nicht, dass dieses Lied gespielt wird, hat dieses Lied offiziell verboten, aus dem Gedanken heraus, dass Menschen bei dem Lied das Falsche singen könnten oder vielleicht auch nur das Falsche denken könnten. Und doch sehen wir überall bei all den Fanmärschen, weil die Menschen wollen einfach singen, was sie wollen. Du hast ja gerade gesagt, die Leute wollen einfach nur feiern. Das wollen sie mit Sicherheit. Aber wenn ich höre, wie konsequent dieses verbotene Lied gesungen und getanzt wird auf den Straßen von den italienischen Fans, von den ungarischen Fans, da hat man ja schon das Gefühl, dass sich da irgendwie etwas Bahn bricht, dass es schon eine Form von Protest ist. Exakt, exakt. Dass Europa sagt, dieses von oben aufgedrückte Verhalten in allen Lebensbereichen, wir nehmen es nicht mehr hin, oder? Ja, das ist so, das ist so, wenn die Mami zum Kleinkind sagt, du darfst nicht auf den Ofen fassen, die Platte ist heiß. Neun von zehn Kindern lang auf die Platte. Und jetzt ist es einfach so, die sagen, was wollt ihr? Nee, wir machen das. Gut so. Du hast ja eben das Wort Sommermärchen genannt. Das war ja die große Hoffnung, dass dieses Turnier das neue Sommermärchen wird. Ich muss sagen, ja, man sieht immer wieder sozusagen herzerwärmende Fan-Momente in vielen deutschen Städten von, du hast gesagt, Schotten, Niederländern, auch wenn sie sich manchmal schwarz anballen oder als Rotrullet verkleiden, dann kriegen sie sofort auf, darf man sich als Rotrullet verkleiden? Ja, Blackface-Sing. Ja, aber die Wiede, da muss man vorsichtig sein. Ich muss sagen, ich persönlich sehe große Unterschiede zum Sommermärchen. Das Auffälligste, wenn man durch Deutschland fährt, die Fahnen an den Autos sind verschwunden. Richtig. Und ich persönlich glaube nicht, dass die Deutschen da weniger fußballpatriotisch geworden sind. Die Wahrheit ist, du bekommst sie kaum noch. In den Unternehmen des Landes hat sich etwas eingeschlichen durch die Marketingabteilung, durch die Ideologie, die auch die Unternehmen erfasst hat. Die sagt, naja, also schwarz-rot-gold müssen wir nun nicht wirklich verkaufen. Ja, also du hast in vielen Supermärkten inzwischen Ramadan-Kalender und ganze Regale für Süßigkeiten und all diese Dinge im Ramadan. Aber ein schwarz-rot-gold Regal gibt es einfach nicht mehr. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, weil wir auch gerade nach Paris blicken, wo die Olympischen Spiele aufgebaut werden. Das ist Wahnsinn, was da passieren wird. Die bauen halt Stadien mitten in die Innenstadt. Die machen die ganze Innenstadt zum Stadion. Und solche großen Turniere, und das war 2006 so, sind ja auch immer Anlass für ein Land zu sagen, wir zeigen der Welt, was wir alles können. Wir machen etwas neu. Wir denken etwas neu. Wir machen es so, wie ihr es noch nie in eurem Leben gesehen habt. Das ist 2006 gelungen. Aus meiner Sicht in diesem Fall einfach gar nicht. Einfach gar nicht. Wir haben unser Fußballstadion, da können die Leute hinkommen, da gibt es dann Fußball und das war es. Das ist die ganze Idee hinter diesem Turnier. An weiten Teilen erschütternd mit anzusehen. Eigentlich, wenn um Joe Biden herum noch Menschen wären, die ein Herz haben, die Empathie für diesen Mann haben, dann hätte man einfach nach zehn Minuten das Handtuch geworfen. Eigentlich hätte man ihn nach den Erfahrungen der letzten Monate niemals in diese Debatte reinlaufen dürfen. Wir haben es, das muss man so klar sagen, mit einem demenzkranken US-Präsidenten zu tun, der nicht mehr in vielen Momenten weiß, wovon er redet. Niemals hätte das demokratische Lager aber auch Joe Bidens Familie zulassen dürfen, dass der Mann in diesem geistigen Zustand sich auf diese Weltbühne begibt. Gehen wir vielleicht jetzt mal rein ins Duell. Wir sehen hier Bilder von CNN. Es geht um das Thema Gesundheit. Joe Biden kommt ins Stottern. Schauen und hören wir hier mal rein. Danke, Präsident Biden. Also das Entscheidende für vielleicht einige Zuschauer, Zuhörer, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, ist hier nicht, was er inhaltlich sagt, denn dem kann man gar nicht mehr folgen. Das Entscheidende ist, dass Joe Biden hier live im Fernsehen vor dem größtmöglichen Publikum, vermutlich dem größten amerikanischen Fernsehpublikum neben dem Super Bowl, live im Fernsehen komplett den Faden verliert. Dass er nicht mehr weiß, was er sagen soll, dass er für kurze Momente einzufrieren scheint und dass ihn der CNN-Moderator dann geradezu zu erlösen scheint, indem er sagt, thank you, Präsident Joe Biden, dass er versucht, ihn rauszuholen aus dieser Situation, weil er selber sieht, das, was dort gerade passiert, ist einfach nichts anderes als Selbstmord live im Fernsehen. Und wir haben uns heute Morgen natürlich schon die großen amerikanischen Medien angeschaut. Politico, die wichtigste für Demokraten, für Joe Biden wichtigste politische Website in den USA. Ganz klar verortet im Lager der Demokraten. Das ist eine Marke Politico, die würde alles dafür tun, jeden noch so desaströsen Auftritt von Joe Biden irgendwie noch schönzureden. Schlagzeile heute Morgen Politico, Biden ist toast. Ist nicht schwer zu übersetzen, Biden ist toast, Biden ist getoastet, Biden ist gegrillt. Und darunter heißt es dann bei Politico, Democrats consider the unthinkable, it's time for Biden to go. Demokraten reden jetzt über das Undenkbare, es ist Zeit für Joe Biden abzutreten. Vieles deutet darauf hin, dass Joe Biden es nicht mehr lange machen wird im Oval Office. Der wichtigste Punkt, den Pauline hier meiner Meinung nach macht, ist, dass Joe Biden gezeigt hat, dass er nicht in der Lage ist, mental dieses Amt auszuüben. Und das wird heute Millionen Menschen in Deutschland massiv überraschen, weil die Medien ihnen die letzten Monate erzählt haben, alles in Ordnung, gehen sie weiter. Dass Joe Biden mental nicht mehr in der Lage ist, US-Präsident zu sein, ist eine rechte Verschwörungstheorie, ist etwas, was das Trump-Lager ganz bewusst sozusagen als Spin nach vorne stellt, um Joe Biden diesen herausragenden, hervorragenden, so menschlichen US-Präsidenten zu diskreditieren. Die meisten Menschen in diesem Land, besonders die Menschen, die den öffentlich-rechtlichen Medien folgen oder dem links-grünen medialen Lager, haben keine Ahnung, keine Ahnung davon gehabt, wie schlecht der Zustand von Joe Biden ist. Und das hat sich letzte Nacht live im Fernsehen dann gezeigt. Wir haben einen Post von Juvelo58. Er schreibt auf unserer Seite in die Live-Kommentare, so ein Mann hat die Hand auf dem roten Knopf, da kann man nur Angst kriegen. Ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Wir haben in den letzten Stunden gesehen, dass Joe Biden offenkundig nicht in der Lage ist, dieses Amt auszuüben. Das führt zu einer ganz wichtigen und dramatischen Frage. Wer ist eigentlich US-Präsident? Wer sind eigentlich die Leute hinter Joe Biden? Vorsicht, Vorsicht, Verschwörungstheorie. Wer sind eigentlich die Menschen hinter Joe Biden, die offenbar Joe Biden steuern und kontrollieren? Denn es ist vollkommen erkennbar, er selber ist nicht mehr Herr seiner eigenen Gedanken und seiner eigenen Entscheidungen, genau wie wir in dem nächsten Beitrag sehen werden. Ja, dazu kommen wir jetzt auf X, postete Clown World, folgenden Clip aus dem TV-Duell und schrieb dazu, genau bei diesem Moment realisierte jeder, dass Trump heute Nacht gewonnen hat. Schauen und hören wir hier mal rein. Ja, der entscheidende Satz von Trump, ich übersetze kurz, ich habe nicht verstanden, was er am Ende dieses Satzes sagen wollte. Er hat es wahrscheinlich selbst gar nicht verstanden. Und da kommen wir jetzt auf den wichtigen Punkt auch nochmal. Weil auch gerade hier erleben wir hier im Grunde nochmal die ganze Tragik von Biden. Ja, es gibt eine ganz spannende Grafik. Ich weiß nicht, ob wir die auch zu einblenden haben, aber ich zeige sie jetzt hier mal in die Kamera. Und zwar zeigt die, was die Zuschauer sagen, wer wird dieses Duell gewinnen und die Präsidentschaftswahl. Und wir sehen eben, dass genau in der Minute, in der Trump ausspricht, wie verwirrt der Biden ist, indem er sagt, ich verstehe gar nicht, was Biden überhaupt sagen möchte, dass in diesem Moment die Zustimmungswerte für Trump in die Höhe gehen und die für Biden runtergehen. Das ist nichts anderes als ein Totalabsturz, den man in diesem Moment erlebt. In diesem Moment scheinen sich sehr viele Amerikaner entschieden zu haben, dass der Mann, den sie dort als US-Präsident präsentiert bekommen, nicht in der Lage ist, dieses Amt auszuüben. Genau. Und es ist interessant, also er hatte ja schon vorher, Biden hatte schon vorher Aussetzer, aber in dem Moment, wo Trump das ganz klar benennt und mal zur Sprache bringt, da zeigt es sich eben auch in diesen Werten. Und das ist einfach interessant zu sehen. Übrigens auch interessant, eine der besten Satire-Seiten der Welt, The Babylon Bee, war mal lange geblockt auf Twitter, bevor Elon Musk Twitter übernommen hat, heute Ex, weil es als Hate Speech galt, Satire galt als Hate Speech, wenn es keine linke Satire ist. Inzwischen ist The Babylon Bee wieder frei. Ich kann nur jedem empfehlen, The Babylon Bee zu folgen. Und die haben letzte Nacht über diese Katastrophen-Performance von Joe Biden geschrieben, ich übersetze das mal direkt, Trump angeklagt für Mord an älteren Mannen live auf CNN. Wollte also sagen, das, was dort gestern passiert ist, war nichts anderes als eine bittere, verbale, menschlich, man muss es sagen, fast herzerreißende Vernichtung eines US-Präsidenten live im Fernsehen. Auf Fox News habe ich heute Morgen gehört, dass einer der Kommentatoren dort gesagt hat, Joe Biden wurde so übel zugerichtet, dass man ihn vermutlich nur noch an seinem Zahnabdruck identifizieren können wird.